Hallo, willkommen und konnichiwa, meine kleinen großen Motherfuckers zu dir für Wesen überrascht, sterben letztes Folge 103 und Bosex Horde Folge 12. Ich bin gespannt, wie weit es geht. Ja, mal schauen. Mikrofon lasse ich jetzt an. Los, oder du stirbst. Oh, fuck, Moment. Oh, fuck. Okay, aufpassen. Wenn man schön den hinterher locken, kann man das etwas hin. Okay, jetzt werden wir ein bisschen beeilen. Oh, fuck. Oh, scheiße. Nein, komm, ich will das nicht nochmal machen. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein, nein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh ne, leid, 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 schock, da. Wo bist du denn jetzt? Ach nein, komm, 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 komm schon. Oh Gott, nein, nein, nein. Nein, 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 so eine verfickte Kacke, das kann doch nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, ist klar. Schaffst du es rechtzeitig zu entwähnen, um sie zu entschärfen? Die Union war eine Belohnung, du hast sie dir verdient. Machen wir es noch etwas spannender, töte sie, sonst geht die Bombe hoch. Nein, 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 nein! Geh! Wir sind schon vorbei. Wir fangen gerade erst an. Die Zeit rennt ihr davon. Du hast keine Schuss. Die Zeit rennt ihr davon. Ah! Ah, nicht Liebe. Vielleicht haben wir dich unterschätzt. Jetzt beeil dich, obwohl dir deine Belohnung vor sie verschwindet. Ah, nicht Liebe. Kein Spiel für Schwächlinge und Lahmärsche. Kein Spiel für Schwächlinge. Kein Spiel für Schwächlinge. Kein Spiel für Schwächlinge. Kein Spiel für Schwächlinge. Aber nur drei haben einen Schalter. Ich gebe dir ein, fällst du deine Freiheit zu? Na? Dann erkämpfe sie dir. Kämpf! Kämpf! Kein Spiel für Schwächlinge. Kein Spiel für Schwächlinge. Du musst dich schon etwas mehr anstrengen. Oder gibst du lieber auf? Pusat! 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 Sieh mal einer. Du hast es geschafft. Na dann renn weiter. Nur so kannst du überleben. Du hast es geschafft. 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 Das war's für heute. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Schneller, 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 schneller. Das war's für heute. 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 Jetzt... Das war's für heute. 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 Reiß dich zusammen. Du wirst jetzt als Eilboote dienen. Geh diese Lieferung zum Zielort. Pass auf. Gah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gratuliere. 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 Hallo? Da bin ich wieder. Das pisst euch. Oh Gott, Heilung! Komm schon, streng dich an. Wer nichts wagt, wer nichts gewinnt. Okay. Was passiert jetzt? Töten sie alle Flüchtler? Innerhalb der Flüster? Okay. Oh Gott. Was immer du erwischen kannst, darfst du behalten. Mach ich doch. Ja, ich dachte, ich hätte den. Scheiße, nur 30 Sekunden. Was hat das? Weil da scheiße gar nicht viel ist. Wir werden deine Verwandlung von Menschen zum Monster erleben. Die Verwandlung zum Bosek. Wir brauchen mehr Blut auf dem Feld. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt musst du sie alle töten. Was? Töte sie alle. Die Zeit ist dein Feind. Verstehst du? Du musst kämpfen. Okay. Puffung 20. Puff. Was? 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 Was für ein Tor? Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Ich glaube, das ist die letzte Mission, ne? Zwei Chancen haben wir noch, zwei Chancen haben wir noch. Was für Tore. Hm. Das war schon. Wir sehen uns wieder. Auf alles. Wir sehen uns nach hinten. Ansonstelle. Wir sehen uns jetzt noch. Erkinais. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bei uns! Wir sehen uns! Oh, ja. Fein, dein Schlechtes. Scheiße, das Letzten ist und das ist die Letzten ist. Oh, fuck! Ja, ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Nein! Nein! Oh, das braucht wieder. Ich muss überraschen, aber das ist doch... Schade, das ist schon. Schleller, schneller, wenn du überleben willst. Ich weiß nicht was, warum mach ich das nicht so? Oh Gott! Keine... Ich hab schon wieder ein Tor. Ja! 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 Ja, ja, ja! Was haben wir noch für Waffen? Wir schaffen das, wir schaffen das! Jetzt kann er noch einige Fisch weggeblühen. Da kommen gar keine mehr, oh nein, da kommen keine mehr. Das ist sowas von am Arsch. Das kommt wohl keine Tore mehr. Konzentrierte schießen. Das ist sowas von dem Weg. 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 Komm, komm, komm! Ja, ja, ja! Ja! Nein Nein Einmal trinken Scheiße, ich hab das fast geschafft Oh, fuck, wir haben keine Munition mehr, ne? Kann das sein? Okay, wir brauchen erstmal Munition Wenn du es durch das Tor schaffst Oh, meine Hände sind schon ganz tauch scheiße in einen Schritt Oh, die Tore, die Tore, die Tore Okay, wie viele habe ich? 30? 0 Okay 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 Ach, in den Kissen ist der Raum noch Oh, nein Klar, dass das nicht zu ist Nein 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 Okay Nein Woh So sollte ich das ein bisschen schaffen. Nein. Nein. Kommt her. Nein. Tor! Tor ist oben, oh ich krieg' auch ganz. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr, komm komm komm! Geh weiter, was soll, weiter, was soll, weiter, was soll. Okay. Ja, ich habe noch nie zu mir und heil' noch. Nein! 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 Jetzt ist vorbei. Hörst du das? Die Fesselbombe ist jetzt scharf. Schaffst du es rechtzeitig zum Van, um sie zu... Nein. Tut mir leid. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Fuck, ich dachte, fuck, ich hätte es schaffen können, fuck, fuck. Okay. Ich sage mal, bis zur nächsten Folge von Die Verwesen und Überreste des Sterbenden Nichts Folge 104 wird das dann und Mosex Folge 13. Mann, das war heftig. Tschüss, auf Wiedersehen und au revoir, meine kleinen und großen Motherfucker. Tschödelös. Scheiße.